Bist du behindert? Hä, warum? Meine Speicherkarte ist runtergefallen. Dari, es sind nur wir drin und ein anderer. Okay, okay, okay. Ja, du bist so dumm. Warum mache ich das wohl? Okay. Hey Leute, bekommst du eine Runde QSG mit Tatjana. Was ist falsch mit dir? Ich bin drin. Ich hab doch gesagt, ich wurde gekickt. Na, hast du gar nicht gesagt. Du hast es nicht gesagt. Ja, ich auch. Alles klar. Hey Leute, willkommen zu einer Runde QSG mit Tatjana. Und mit Sarah. Hi. Ah, der Stegi. Junge, geh doch weg. Wie kann man so kacke sein? Bist du schon tot? Nein, noch nicht. Mann, ich hab keine Waffe. Ja, wow, was soll ich mit einer Holzachse? Ohne Witz. Der targette mich noch. Danke, Pisser. Ich hab keinen Bock mehr. Alles klar. Ich hab schon tausend Tränen vergossen in dieser Aufnahme, was ich euch zu Liebe alles rausschneiden werde. Auch wenn es euch bestimmt geil macht, mich weinen zu sehen, aber... Oh Gott, das labere ich schon wieder. Und wenn man... Leute, ihr müsst wissen, wenn ich müde bin, dann kann ich einfach kein Video aufnehmen. Dann kommt da nur Scheiße bei raus. Beruhigen wir uns jetzt wieder. Mann, ich sterbe! Und wenn der mich tötet, ne? Ach du guck. Dann... 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 Dann, dann... Dann kriegst du... Mann, du fährst der nass. Ich hab keine Pfeile mehr. Sammel doch ein. Iisari? Die kriegst du... Ich hab ein halb.... Er hatte auch ein halbes Herz. Er schreibt doch, wie geht die Sache? Ach so. Alles klar. Mhm. Wo? Moin Leute, da sind wir in der nächsten Runde. Okay. Ach man. Lass meine Real-Life-Freunde sehen. Was soll die denken? Hast du eine Pornodarstellerin? Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Amateur. Ich sterb grad auch. Ja, ich seh's. Der eine rettet dich. Ah! Ja, stirb doch, man. Puh. Das zählt nicht. Alles klar. Ja, dein Skin hat nen Penis. Du hast nen Penis. Oh Mann. Oh Mann. Entschuldigung. Letzte Runde, Leute. Ich bin dafür, dass wir uns jetzt schleunigst treffen werden. Ah! Okay. Ja. Das war ein sehr guter Fight von mir. Echt? Das hat gelaggt. Er hat den ersten Hit bekommen. Der Hase läuft doch schon mal besser. Ja, Hilfe. Ja, wo bist du denn? Oh Mann. Hey. Ah! Danke. turn gesehen. Wie bin es dein Maid? Wie kann man dich so Quinch nennen? Ich fühle mich schon Quinch, wenn ich sowas vorlese. Dann gibt es Leute, die nennen sich freiwillig so. Ach du Kacke. Ach, übrigens Regeneration. Geil. Ja, ich bin gar nicht angassiert. Hattest du irgendwie Jesus oder was? Ja. Haha, Jesus. Ich bin grad voll gut gewesen. Sechs Geld? Und du? Gehst du jetzt zum Basketballplatz? Warum? Weil da jemand ist. Alter. Ach, ich bin so ein Tier. Mann, ich sterbe! Lagen da Eisenschuhe? Ja, da lange ich. Ja, ich die Runde jetzt nicht gewinne. Ist das ein Team? Ach Leute, das tut. Okay. Der hat aber auch das beste Quip. Egal. Ich hab ihn einmal getroffen. Uh. Und zweimal getroffen. Er mich auch. Dreimal. Und er mich getroffen. Okay, nein. Auf so'n Fight darf ich mich hier gar nicht erst einlassen. Ach du, Jemini. Ach du! Hä? Ach du Kacke. Der nimmt sich halt auseinander. Ja, ich darf das nicht verlieren. Leute, Kacke, Sarah möchte dein Freund sein. Was? Ja, mit Haar und Bindestriche. Also Unterstriche. Mann! Tatjana, Junge! Oh, läuft was? Das sah absolut freudig aus. Das ist für mich kein GG, Alter. Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lass mal eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Oh, da war ich nicht geweint. Tschüss!